So, hallo Leute! Und wir sind wieder da! Ja, sind wieder da. Ich weiß gerade nicht, ich muss runter. Runter. Geht nicht ganz unten? Doch. Muss ich in die Eingangshalle. Das ist, soweit ich noch weiß. So, wir haben ja in der letzten Folge einen Schlüssel gefunden. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wofür der war. Warte, ich muss gerade meine Nervennahrung aufmachen. Ein bisschen Schokolade hat noch nie jemandem geschadet. So, ich muss jetzt ehrlich jede Tür ausprobieren. Ich weiß es nicht mehr. Nein! Nein, das ist alles bekloppt hier. Nein! Uff, du bist ja da! Hallo, ist es hier schon mal? Und du warst nun mal. Nein! Nein! Glaubt das? Nein! Hm! Ach so! Ich glaube... Jetzt muss ich nochmal zurück. Ich muss gerade gucken, ob der Schlüssel dafür war. Wenn ja, habe ich Glück. Wenn nein, äh, dann habe ich Pech. Wenn ja, habe ich Glück. Na komm, Ruka. Warum können die einfach nicht schneller laufen? Warum können die einfach nicht schneller laufen? Nein! Nein! Okay! Ich habe es ja verstanden. Beskнов… Ich- Gramm. Mitzu. Also ich habe es auf jeden Fall,iff. Fui, ich komme wieder auf jeden Fall. Oceanen mit. Es war auf diesem Stockwerk. Nur welche Tür. Ich höre vom Spiel komische Geräusche. Außer das Ladenbild. Muss ich vielleicht nach oben? War es da? War es hier die Tür? Hä? Ja. Nein. Ja. Ach so, die Tür war ja schon vorher offen. Ich finde diesen Flur so cool, wenn man hier durchgeht, dass sie auch so witzig dafür selber bewegen. Willst du mich doch ärgern? Schalalalalalalala. Schalalalalala. Arunca, ich strecke dich den Treppen runter. Ich habe gerade echt keinen Plan. andere television. Also, ich gehe weg zu� beğen. Schau. Ich bin das Ding. Ja. Ich bin das Ding. Oh? Ah! Gefunden! Dieses Spiegel und ich, wenn nicht, keine Freunde. Ich habe es nicht mehr zu tun. Ich habe es nicht mehr zu tun. So, jetzt geht die große Blättersuchung. So, jetzt suche ich wieder weiter. Ha, ich! Hab es! Ayagos Notiz. Diese Krankenschwester kam heute wieder, um mir zu sagen, dass ich zu laut bin. Als ich einen kleinen Schnitt machte und die Schere zurückzog, heulte sie schrecklich auf. Ich hasse ihr hässliches Inneres. Die Dinge, die ich mag, sind viel schöner. Zerquetschte Insekten, gerissene Hände, feuchtes, rotes Fleisch. Der laute Schrei, bevor es ganz still wird. Diese schönen Dinge werden bald verschwinden. Jeder sammelt Dinge, von denen er glaubt, sie seien hübsch. Der Arzt sagt mir, Dinge zu sammeln, die ich mag, würden mir bei meiner Krankheit helfen. Also sammle ich schöne Dinge. Sammle immer mehr. Wenn ich diese Dinge nicht sammle, sammle mein Innerstes. Den Rest kann man nicht entziffern. Okay. 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 Das ist eine Puppe. Was soll ich jetzt hier noch tun? Was soll ich hier noch tun? Was soll ich hier noch tun? Ist es schon... Ah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, wir müssen gerade wieder stoppen. Ich habe auch keine Idee, wie das gehen soll. Auf Wiedersehen.